Ihr wisst Bescheid, wir liken, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren und wenn ihr sogar wollt, könnt ihr sogar eine Mitgliedschaft abschließen, hab ich auch gemacht. Kuss, 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 kuss. Jetzt machen wir eine Halo-Landung. Guck mal, wie schnell wir sind. Guck mal. Ey, bitte bring mich nicht um. Ich fliege, ich steige aus. Nein. 400. 400. Hey. Hallo. Hallo. Ich bin tot. Okay, ich zitiere Miro. Ich bin länger in der LCN, als die auf GVMP. Sorry, muss sein. Hallo. Hallo. Ja. Free Pako, so hat sich diese alle Huren sind. Ich schicke eure Eltern, die Bastarde. Was war er denn? Äh, ja. Ja. Ich brauche hier Hilfe. Oben links, wir müssen oben links, mach den mal weg. Okay, wir müssen links pushen, die kommen von rechts. Jetzt kommt links hoch, kommt links hoch. Kommt links hoch. Ihr müsst hochgehen, die pushen von rechts. Wir müssen jetzt den Pusier nehmen. Push, schießt und pushen. Unten an der Straßenhilfe. Kommt links hoch. Einfach pushen, Jungs. Weiter, 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 weiter. Wir müssen den Master erstmal holen. Hey, was machst du denn, Digga, wieder? Egal, ich hatte hier keine Muni mehr. Ich ziehe Weste, er steigt wieder auf, aber Digga. Insel ist komisch, Bruder. Insel ist komisch. Und wir machen alles nur noch für das Business. Aber eine Frage, weißt du, was daran der Witz ist? Dass uns alle immer nur kopieren. Aber Tatsache ist, dass sie sowieso verlieren, ey. Und sie machen alle Kontakt nur für V-Prime. Sagen bitte V-Prime. Bitte lass mich da auch rein. Stundenlang auf streamen wegen ein paar Clips. Und deswegen war mir klar, jeder Stümer ist ne Bitch. Jürgen, er fährt mich um. Ich sag, soll ich dich mal ficken, oder was? Er denkt, ihr wart das? Ich glaub, da könnt ihr direkt einen Alkohol-Test machen. Wer sieht, wenn ich jetzt Rafa soll, dann auch bitte der Rauch nicht. Ja? Sie brauchen wirklich die Tatsern erst. Ja, ich weiß doch, hallo. Er bringt mich auf Raum. Was hat denn jeder für abfragt? Der Junge, was ist das Leben weißt? Hallo? Hallo? Ähm, haben Sie eventuell ein Reparant-Tour-Kit für mich? Oh, muss ich gucken, ob ich eins dabei habe. Warten Sie mal. Ja. Warte, ich steig, ich steig aus, red dann im Verlauf bitte. Warum steigst du aus? Oh, dieser scheiß Bitz. Steig mit aus, steig aus. Oh, es wäre total süß, wenn sie für uns nen Reparant-Tour-Kit hätten. Ja, hier, gebe ich Ihnen einmal. Er gibt's mit mir. Oh, danke schön. Auch nicht dafür. Ähm, bekommen Sie was dafür? Nein, lassen Sie es stecken. Ja, okay, danke schön. Wir werden unser Auto reparieren. Ja. Okay, schönen Tag Ihnen noch. Ja, wünschen Sie auch, danke. Ja, liebe Kameraden, liebe Soldaten, heute der 26.01.2021, ein für uns sehr erinnungsreicher Tag. Herr Schindler und meine Wenigkeit werden unser Amt heute als General niederlegen. Wir haben das damals von Brickmann und Clara übernommen. Was ist los, amigos? Hallo. Jungs, ich steig hier schnell aus und geh schnell ins Max. Hä, wieso? Hä, hier wird ausgestiegen, sonst knallt's. Okay, haben wir das verstanden? Hey, ich bin noch ausgestiegen, Digga. Digga, was hast du für ein... Ich... Hä? Digga, ich hab gar nichts gemacht. Digga, Clip, Digga. Da steht so ein Max von meinem T20, der will nicht mit dir sprechen. Ehrlich? Na, hallo? Hey, Yidi. Ja, was geht? Kennst du mich? Hä? Ich bin Noah Himmeln, sein zweiter Account. Ciao rein, GFB Schmutz. Bis alle Hurenzöhne. Tschüss. Oh mein Gott, Alter. Wir gehen jetzt auf die Highway drauf. So, Tori, how to, äh... How to fly. How to fly. Hey, hallo, hallo, hallo. Hey, stopp. Ich muss hochfliegen. Nein. Hey, das tut mir leid. Scheiße, scheiße. Okay, ebenso. Ähm, Skousi? Wer ist da? Äh, hallo? Was möchten Sie hier im Auto? Ich wollte Ihrem Freund helfen. Ich dachte, der wird festgenommen. Hey, der wird nicht festgenommen. Äh, scheiße. Was jetzt? Ja, im Idealfall bringen Sie den Wagen einfach zurück. Ja, ich werde doch gleich verhaftet. Nein, sagen Sie einfach, äh, Sie sind ein Freund von mir und das war ein Spaß. Ja, kriegen Sie das hin? Wie heißt Ihr Freund? Rufen Sie ihn mal an. Äh, äh, Luke Bär. Ich bin mit ihm am, ich bin mit ihm am Telefon. Okay, sagen Sie, ich wollte Ihnen nur helfen. Das tut mir leid. Ich komme jetzt zurück. Wie heißt der? Der ist, äh, leider mit den, der ist mit den Cops irgendwie, äh, stellen Sie den Wagen irgendwo ab oder händen Sie einfach weg. Okay. Ich bin auf den Weg. Denk an dein Ernst? Der dritte Teil beinhaltet etwas von Mama und Ella. Es handelt sich hierbei auch um einen Diamanten, der das Blut der beiden in sich trägt, symbolisch für Mutter und Tochter. Was für Blut in sich? Hat sie ihre Tage? Oder was? Erdogan, geh doch weiter speisen. Was macht der? Tschüss Jungs. Wollen sie mich grad bedrohen? Nein! Was passiert, wenn ich unter Zuckerbind und noch Insulin reinballer, fahr ich ins Kummer oder was? Ja, dann fällst du ins Kummer. Könnte passieren, oder? Ja, das passiert selbst. Ich hab ein bisschen DNA genommen. Schau doch mal da her, ich kenn das nicht mit Insulin, ich kenn das mit Tilidin. Hallo? Ja. Hallo? Ey, diese Huren sind in GVP, scheiße, geiles Anticheat, würde ich sagen, die Huren sind. Ciao. Aha. Ja. Soll ich euch zeigen, wie das funktioniert Jungs, wie das dann aussieht? Warte. Warte. Mit den Springbrunnen, die hat es noch mal so. Achso, das stimmt. Du weißt es nicht. Denken sie dran, sie hat eine weite Hose da und... Oh je. Oh Mann. Ähm. Miro, woher denn die Hälfte in der Hose? Miro, woher denn die Hälfte in der Hose? Oh nein. Hahaha. Ja, alles gut. Ja. Oh, doch nicht. Oh doch. Kommt jetzt. Oh doch nicht. Jetzt sind wir hier drin. Hahaha. 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 Weißt du was mich auch treint instionen Lang auf Flieben wegen ein paar Clips und deswegen war mir klar jeder Streamer ist ne Bitching...